Ihr sucht nach einer freshen Möglichkeit mit Spielen Geld zu verdienen, Apps zu testen oder Webseiten auszutesten oder sogar beim Einkaufen Geld zu verdienen, dann ist empfohlen.de die Webseite, nach der ihr gesucht habt. Heute möchte ich euch eine Möglichkeit zeigen, wie ihr Online-Geld verdienen könnt, ohne hart arbeiten zu müssen, indem ihr einfach coole Aufträge startet, wie zum Beispiel hier den Spiele-Test, wo gerade mal 2 Stunden dauert und ihr 142 Euro verdienen könnt. Oder hier zum Beispiel das Spiel, wo jeder gefühlt schon in der Werbung irgendwo schon mal gesehen hat, 110 Minuten, 110 Euro. Also wenn ihr 1 Euro pro Minute verdienen wollt, ist das genau das Ding, was ihr gesucht habt. So, ich möchte euch hier die Seite einfach mal kurz vorstellen, empfohlen.de ist eine sehr, sehr bekannte Seite. Ich habe mich da jetzt schon ein bisschen darüber informiert und die Seite ist auf jeden Fall trusty, das kann man so stehen lassen. Wir können uns hier auch einfach mal kurz das Impressum angucken. Das ist eine Firma in Hamburg, Manuel Tölle, wir haben hier sogar eine Telefonnummer, ein Kontakt, Deaktivierung zum Kündigen und alles für Partner, Registriereintrag, also das ist soweit alles legit, auch eine Umsatzsteuer-ID-Nummer, Quelleangaben für verwendete Bilder und Grafiken, also das ist auf jeden Fall was, wo ihr vertrauen könnt, ihr werdet da nicht gescamt oder sonst was. So, was kann man jetzt hier alles auf der Seite machen, das möchte ich euch jetzt einfach mal schön zeigen. Einmal können wir jetzt hier zum Beispiel Spiele testen, verschiedenste Spiele. Wichtig ist, dass ihr natürlich das Ganze auf dem Smartphone da testet, also ihr könnt das Ganze auch auf dem Handy machen. Die haben zum Beispiel auch eine App, sowohl für Apple als auch für Samsung-Nutzer oder alle anderen Nutzer, die halt kein iOS-Betriebssystem haben und ja, wir können hier sehr, sehr coole Sachen machen, wie zum Beispiel, wie ich schon gesagt, Spiele testen. Wir können aber auch an Umfragen teilnehmen, hier zum Beispiel eine Umfrage, die 14 Minuten dauert und wir 14 Euro dafür kriegen, Glücksspiele und so weiter und so fort. Was wir hier unten zum Beispiel auch noch machen können, ist Apps zu testen, was auch eine sehr coole Sache ist, meiner Meinung nach. Marktforschung zum Beispiel, GfK, das ist im Prinzip dafür da, um die Kaufanalysen oder die Kaufgewohnheiten von Kunden zu analysieren und da bekommt ihr auch gutes Geld. GfK belohnt dich fürs Einkaufen, ist also echt eine coole Sache. Hier steht zum Beispiel auch dran, scanne deine Einkäufe per App und werde belohnt. Also im Prinzip geht einfach irgendwo einkaufen, scannt eure Einkäufe einfach in der App und bekommt dann Geld dafür. So, wir können uns hier einfach zum Beispiel einfach mal so ein Ding angucken. Es ist auch wirklich übersichtlich gestaltet. Ihr seht auch, wie ihr das Ganze machen müsst. Ihr müsst zum Beispiel, Auftragsbeschreibung steht hier immer dran, was ihr machen sollt. In diesem Auftrag soll von dir Mitgliederei von Toluna getestet und anschließend bewertet werden. Also, wir müssen hier wieder von der Seite hier den Mitgliederbereich testen und das Ganze dann einfach bewerten. Wichtig ist natürlich, dass man noch kein Mitglied bei Toluna selber ist. Zusätzliches Geld verdienen, wie wir hier schon sehen. Wir können hier zum Beispiel iTunes-Karten gewinnen, Geld, einen Zalando-Gutschein, Amazon-Gutscheine und so weiter und so fort. Es ist wirklich eine coole Sache. Dann, wenn wir hier nach unten scrollen, müssen wir einfach die ganzen Dinge akzeptieren. Gehen hier unten dann auf Weiter. Und dann sind wir hier im ersten Schritt vom zweiten Schritt schon. Wir müssen uns bei Toluna registrieren. Hier können wir zum Beispiel immer auf die Seite von Toluna gehen. Wichtig ist, dass ihr einfach die Links von empfohlen.de hier benutzt. Dann werdet hier auf die Seite weitergeleitet. Und könnt ihr euch im Prinzip hier jetzt auf den jeweiligen Seiten anmelden. Und das Ganze machen. So, jetzt zum Beispiel registrieren. Ich mache das Ganze jetzt nicht, weil ich glaube, ihr wisst, wie ihr euch registrieren könnt mit euren Daten. Und dann geht ihr hier einfach weiter. Ihr seht hier zum Beispiel auch Aufgaben, Einloggen und Umfragesenderbesuchung. Sprich, wenn ihr euch eingeloggt habt, habt ihr einmal hier am PC, oben das Umfragencenter und hier sieht es so am Smartphone zum Beispiel aus, dass ihr oben auf das Umfragensender geht und dann an zwei Umfragen teilnehmen. So, da könnt ihr dann im Prinzip einfach teilnehmen und kriegt dann euer Geld. In dem Fall 3 Euro zum Beispiel für zwei Umfragen. Ist eine echt coole Möglichkeit. Man kann auf jeden Fall gut Geld nebenher verdienen. Es ist natürlich nichts, wo ich jetzt irgendwie schnell reich über Nacht mache. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel hier gerade die Spiele anschauen oder sowas. Ich glaube, 120 Minuten und 142 Euro zu bekommen, ist auf jeden Fall eine coole Sache. wo dem einen oder anderen ein gutes Taschengeld nebenher einbringen kann. Wenn ihr jetzt aber auf der Suche seid nach was, wo ich wirklich gutes passives Einkommen monatlich generieren kann, schaut gerne unten in der Videobeschreibung mal vorbei. Da habe ich euch ein paar Sachen verlinkt, die ihr gerne mal auschecken könnt. So, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Seite. Verdient ein bisschen Geld nebenher. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.